Das ist eine Druckstange, die ist für die Kokerei Bottrop. Ist 28 Meter lang und ist dafür da, um das Koks aus der Batterie in den Löschwagen zu drücken. Dann geht es um die Koks aus Koks aus Koks aus Koks aus Zabupen und die Klänge auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020